Hallo und herzlich willkommen bei FIFA HD. Heute gibt es das letzte Pack Opening zu FIFA 16. Danach kommt nur noch FIFA 17. Ich wünsche euch viel Spaß damit und wenn euch das gefällt, lasst mir ein Like da. Ich bin erstmal raus. Ich sage Tschau. Tschüss. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.